Es soll Menschen geben, die keine Zeit oder keine Lust haben zu kochen. Genau für diese Leute hat die Firma Inno3 Komplete entwickelt. Ein Shake, der eingiblich alles beinhaltet, was man zum Leben braucht. Alle Vitamine, alle Spurenelemente, alle Mineralstoffe. In 60 Sekunden soll man eine komplette Mahlzeit ersetzt haben. Ich habe mir vorgenommen, das Ganze mal ein paar Tage auszuprobieren und jede meiner Mahlzeiten durch einen Shake Komplete zu ersetzen. Vorgenommen habe ich mir ein paar Tage. Wie lange ich es tatsächlich schaffe, werden wir sehen. Schauen wir uns mal an, was da drin steckt. 546 Kilokalorien hat eine Portion. 148 Gramm Pulver kommen in 300 Milliliter Wasser. Enthalten sind in einem Shake dann unter anderem die Vitamine A, B6, B12, Biotin, Niacin, Folsäure, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink und Kupfer. Es scheint, als steckt da wirklich eine ganze Menge drin. Die Zubereitung ist eigentlich ganz einfach. Man hat so einen kleinen Shaker hier mit einer Metallspirale drin, damit es keine Klümpchen gibt. Dazu so einen Messbecher, davon zwei Stück in 300 Milliliter Wasser. Shaken und weiter geht's. So, dann probieren wir mal. Riecht ein bisschen wie, ich würde sagen, Nudelteig. Und schmeckt wie eine Portion Haferflocken. Die Konsistenz ist ziemlich dünn. Angehend zu trinken eigentlich. Ob es satt macht, das erfahren wir dann im Laufe der nächsten Tage. Die persönliche Musik im Laufe der letztenодаest haben wir dann. Vielen Dank.